Äh, was war greifen? Greifen und C. Und dann? Greife eine Floraform und drücke C. Greifen und C. Und dann? Dann ist sie weg. Das hat mir ja super viel gebraucht. Das hat mir ja super viel gebraucht. Ja! Was greife ich? Ach so, das hat schon gereicht. Und dann gehe ich da rein. Nein! Drücke leert hast im Sprung zum Einsetzen. Jetzt habe ich Jetpacks. Okay, Bud, schau mal, was ich gefunden habe. Sprung und Jetpacks. Halte E zum Überspringen. Okay, das ist ein... Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber du musst sie wachsen lassen, um hinauf zu klettern. Du weißt noch, was das zu tun ist, oder? Warte, hier oben ist etwas. Äh, Tab? Das ist noch ein Teil unseres Schiffs. Ein Stück von Marm. Wir müssen es zum Mond bringen und Marm reparieren. Behalte alles im Auge, was du findest. Drücke E. Aha. Okay. Suchen wir die Schiffsteile, bringen sie zum Mond und retten Marm. Und jetzt den ganzen Weg nochmal. Oh, was ist da? Oh, da ist was. Greifen mit Maustaste. Mit Kristallen kannst du keine Ahnung was. Die Müsli nur schwerer zu kauen. Aha. Okay. Oh, ich starte wieder hier. Yay. Okay, dann gehen wir einfach da hin. Boah. Nein, nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. So, und drücke E. Halte E, um die Samenübersicht zu... Nein, ich hab's noch nicht so ganz begriffen. Okay, also halte E. Neu. Eine robuste, große Floraform, die dein Gewicht beim Klettern tragen sollte. Verstörend. Wo muss ich hin? Oh, Gott. Oh, Gott. Das mit dem Klettern habe ich noch nicht ganz gerafft, wie es geht. Sind wir mal ganz ehrlich? Ich habe drei Kristalle von 150. Da soll ich hoch, ja? Äh, E. Und jetzt... SPRING! Nicht hoch genug. Oh, aber es reicht. Muss ich nur irgendwie da raufkommen. Nein, nein! Halt dich fest! Da bin ich mir zu wehen! Oh, na geil. Das wird ganz großes... Nein, warum hältst du dich nicht fest? Ich werde jetzt sterben. Weil ich werde ertrinken. Ah, ich starte jetzt wieder hier. Ich habe es noch nicht so richtig raus. Also, das Spiel ist irgendwie cool. Aber... Achso, er zieht sich von alleine hoch. Ich muss nicht hüpfen. Ich muss dann nur... ...wenn ich ein Stückchen gestiegen bin... ...den Grip quasi erneuern. Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Kann ich von hier aus... ... jetzt quasi hier hin... ... und dann... HAU! Schön! Habe ich geschafft! Hau! Hau! Also, ich glaube, es wird nicht mein Lieblingsspiel. Ich habe zu wenig Kontrolle für meinen Geschmack. Ich glaube, ich bin hier auch falsch. Ich glaube, ich bin hier einfach falsch. Vielleicht muss ich da rüber. Nein! Gott sei Dank! Es gibt Insekten? Nein, nein, bitte! Nein! Okay. Ich glaube, ich sollte es wirklich in einen Let's Test verwandeln. Also, das Spiel hat sehr viel Potenzial, wie ich finde. Leider bin ich zu unfähig, dieses Potenzial zu nutzen. Also, ich kann gern mal versuchen, noch hier rüber zu kommen. Jetzt, wo ich das mit dem Klettern endlich gerafft habe. Könnte ich gerade das hier schaffen? Nein! Okay. Könnte. Könnte war der entscheidende Faktor. Also, ich bin grauenhaft in diesem Spiel. Okay, machen wir uns nichts vor. Ich bin echt schlecht. Und, ja. Also, so richtig... Oh, da hinten drüben ist irgendwas. Halt fest, halt fest, halt fest! Was ist das? Schnapp dir eine Floraform und drücke E. E? Das ist doch eine Floraform. Ich�를 Crüe und schnappe.